Fun Fact zu Zelda Tears of the Kingdom. Wurzeln befinden sich immer genau unter einem Schrein, das bedeutet, wenn ihr einen Schrein auf der Oberfläche habt, könnt ihr genau sehen, wo sich eine Wurzel im Untergrund befindet. Das geht natürlich auch umgekehrt. Außerdem hat die Wurzel immer denselben Namen wie der Schrein, nur gespiegelt.